Guten Abend Freunde, Blüdetag 53, Blütewoche 8. Ich mache jetzt abends nochmal ein Video. Man sieht dann doch, sage ich mir mal, abends. Fässer, was sich so zwischen den Blättern so befindet, das kann man so am Tag, kann man das nicht filmen, wenn die Sonne scheint. Da sind zu viele, zu viele Lichtatome unterwegs. Aber so abends kann man das vielleicht ganz gut filmen. Vielen Dank. Hier Pheno 2, die mit den größten Ertrag. Achso, ich wollte ja nicht hier das Harz finden, sondern so wie dicht sie sind. Obwohl das voll nice aussieht. Das ist bestimmt hier, was ich da gerade filme. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hammer. Voll das Gesicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.